Herzlich Willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich Willkommen zur täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und diesmal geht es um unsere beste Freundin Aline Bachmann und ein spannendes Thema, über das man mal sprechen sollte, das Schönheitsideal bzw. werde ich auch das Thema Schönheitsoperation hier mal besprechen. Denn sie hat jetzt anscheinend vor sich bzw. hat ihre Community gefragt, sich die Haare zu transplantieren bzw. ihre hohe Stirn, so wie sie das empfindet, zu verändern, indem man sich Haare transplantieren lässt. Das ist momentan sowieso so ein Trend auf Instagram und Co. Ich könnte mir persönlich auch vorstellen, wenn ich jetzt total leide unter Haarausfall und plötzlich eine Glatze habe, dass man da auch was gegen tut. Und ich muss jetzt auch ganz offen sagen, ich habe jetzt auch nichts dagegen, wenn Leute sagen, ich lasse mir helfen, wenn ich mich persönlich nicht mehr wohlfühle. Wenn es heutzutage die Möglichkeiten gibt, soll man das machen. Allerdings finde ich die Tendenz, die uns Instagram aufzeigt, ganz, ganz schwierig. Und ich weiß nicht, warum dieser Trend gerade bei den Influencern, die jetzt ein bisschen Reichweite haben, die vielleicht auch ein bisschen Geld haben, so groß ist, jeden Makel, den man jetzt vermeintlich hat, sofort verändern zu lassen. Es sehen teilweise die größeren Influencerinnen alle gleich aus. Und ich sehe da schon eine Gefahr drin. Und ich möchte das hier mal so offen mit euch besprechen, denn ich finde das schon schwierig. Aber ich möchte euch erstmal den Ausschnitt zeigen, damit ihr überhaupt wisst, was sie dort gemacht hat und wie das auch wirkt auf mich. Also ich finde das schon sehr, sehr spannend. Aber seht erstmal selbst, was sie jetzt ihre Community gefragt hat. Und ich sehe das immer häufiger, dass Frauen oder auch Leute, die ein bisschen verunsichert sind, das können auch Männer sein, ja, ihre Community fragen und sagen, Mensch, wie seht ihr denn das gerade? Habe ich eine schiefe Nase oder nicht? Soll ich jetzt, ja, soll ich was machen lassen oder nicht? Und da gibt es natürlich auch genug Leute, die sagen, ja, mach doch. Oder ich finde schon, dass man da was machen sollte, ja. Und es gibt ja auch sehr gemeine Menschen, ja. Ob das dann immer auch notwendig ist, sich dort Hilfe zu suchen oder nicht, das liegt immer im Auge des Betrachters, das möchte ich mir jetzt auch nicht anmaßen. Aber seht jetzt erstmal selbst, was sie dort gesagt hat. Ich bin ja wirklich krass am Überlegen, ob ich das mit der Haartransplantation doch noch durchziehe. Eben wegen meiner Stirn. Ich möchte mal gerne von euch da draußen, von jedem Einzelnen wissen, was ihr dazu zu sagen habt, zu meiner Stirn. Findet ihr, meine Stirn passen zu meinem Gesicht? Oder findet ihr, meine Stirn passen nicht zu meinem Gesicht? Ähm, wow. Stellt mal ab, Haartransplantation, ja oder nein? Ich habe mir heute auch wieder Sonntag und ich habe mal wieder Zeit, eine kleine Umfrage auf Instagram für euch zu starten. Also stellt mir eure Fragen, ich beantworte sie euch. Ich glaube, ihr merkt das Problem, sie fragt jetzt ihre Community, die jetzt nicht nur aus Fans besteht, nach Hilfe und nach einem Ratschlag, was sehr privat ist. Und ich vermute, da wird es genug gegeben haben, die gesagt haben, ja, mach das unbedingt. Und ich sehe da ein Problem hinter. Zum einen so unsicher zu sein und dann auch die Community nochmal zu fragen. Wenn, sollte man das aus eigenem Wunsch heraus machen und nicht die Community fragen. Dann sehe ich aber auch generell ein Problem, weil ich das schon öfters gesehen habe, dahinter, dass Frauen mittlerweile, und ich sehe das größtenteils bei Frauen, das Problem einem Schönheitsideal hinterherlaufen. Gerade durch Kim Kardashian und Kylie Jenner. Ich weiß nicht, wer jetzt den Frauen gesagt hat, dass das jetzt das Schönheitsideal ist. Aber wahrscheinlich durch den Erfolg, den beide ja auf Instagram haben. Vermute ich, dass da viele Frauen sagen, okay, so möchte ich aussehen. Riesiger Hintern, riesiges Dekolleté. Und das ist jetzt genau das, was Männer wollen. Ich kann euch sagen, klar, ist jetzt eine Kim Kardashian und eine Kylie Jenner, eine unattraktive Frau. Aber wenn man sich die jetzt mal vor 10, 15 Jahren anguckt, merkt man, wie viel die gemacht haben dafür. Und die haben natürlich auch immer einen Stylisten dabei. Die haben immer die besten Klamotten an und laden von sich eigentlich auch nur Momente hoch, wo die dann auch perfekt aussehen. Und Photoshop ist auch deren bester Freund. Um es jetzt mal freundlich auszudrücken. Also es wird ja jetzt schon angefangen, dass die Kinder dort gephotoshoppt werden, wenn die nicht perfekt aussehen. Und wer da jetzt nicht merkt, dass wir ein großes Problem haben, dem ist, glaube ich, auch nicht mehr zu helfen. Und ich weiß, ich habe hier hauptsächlich Frauen auf dem Kanal und ich möchte euch Mut zusprechen. Ich würde mir wirklich wünschen, wenn wir mehr auf natürliche Schönheit widersetzen würden. Selbst jetzt in meinem Kennenlernen habe ich diverse Frauen, die sich entweder die Brüste schon gemacht haben oder die Brüste machen lassen wollen. Ja, aufgrund dessen, weil sie sich nicht wohlfühlen im Körper. Ich selber habe bei mir gemerkt, okay, vor 10, 15 Jahren noch, so mit Anfang 20 oder mit 17, 16 rum, wenn man nicht das Sixpack hatte und entweder sich zu dünn gefühlt hat, also damals war ich wirklich bei 65, 70 Kilo, auf 1,80, das war wirklich sehr dünn. Ich habe dann wirklich mir das angefuttert, antrainiert, weil ich mich auch nicht so richtig wohl gefühlt habe. Jetzt könnte man sagen, okay, jetzt habe ich 5, 6, 7 oder auch 10 Kilo zu viel. Dann könnte es auch genug Leute geben, die sagen, nee, gefällt mir nicht. Aber versteht ihr, was ich meine? Man hinkt dann immer oder man denkt, okay, der Mann muss ein Sixpack haben, eine Frau muss jetzt Doppel-D und 90, 60, 90 haben. Das ist ja nicht der Fall beziehungsweise ist das vollkommener Blödsinn. Und ich finde die Tendenz sehr, sehr schade, dass die Frauen, jetzt auch gerade die Influencerinnen, die jetzt eine gewisse Reichweite haben, sich immer mehr Richtung Püppi entwickeln. Wenn man sich jetzt auch dem Beispiel Aline Bachmann rausschaut und mal guckt, wie sie sich jetzt verändert hat, von der korpulenten Frau hin zu einem Püppchen immer mehr, dann merkt man, dass auch so ein Schönheitsideal wie eine Kim Kardashian und eine Kylie Jenner durchaus schwierig zu beäugen sind. Und das finde ich wirklich ganz, ganz tragisch mittlerweile, um es freundlich auszudrücken. Wie könnte man das jetzt in Zukunft ändern? Dass man natürlich auf Aufklärung setzt, weil ich sehe das jetzt gerade bei Jugendlichen und Kindern. Die Unsicherheit ist gerade in der Pubertät enorm hoch, auch bei jungen Erwachsenen. Viele fühlen sich in ihrem Körper nicht, wo es jetzt nicht großartig Probleme eigentlich gibt. Ich habe eigentlich bis jetzt leider Gottes nur Frauen kennengelernt, die sich nie hundertprozentig wohlgefühlt haben oder selber schon diesen Plan hatten, irgendwas an sich verändern zu wollen. Und das war, und ich bin da ganz ehrlich mit euch, bei den meisten Frauen überhaupt nicht notwendig. Also ich fand die trotzdem sehr, sehr attraktiv. Trotzdem konnte man mit denen gar nicht mehr reden, weil wenn die das so sehen, und das ist ja auch deren Körper, dann sollen sie es machen. Aber man kann da, einen ist als Mann da auch, man ist da vollkommen hilflos. Ich würde mir teilweise wirklich das wünschen, dass es Richtung Natürlichkeit wieder geht. Und eine Kim Kardashian und eine Kylie Jenner sind alles andere als natürlich. Und abgesehen davon, dass man auch hinterfragen sollte, wie eine Kim Kardashian berühmt geworden ist, ja als Sidekick von Paris Hilton und dann mit einem sehr pikanten Film, war ja jetzt auch sehr peinlich für sie, als dann, ich glaube, war es der Sohn oder die Tochter, das entdeckt hat, ja, diesen Blockbuster mit dem Rapper Ray J. Sie hat natürlich durch Kanye West und durch diesen ganzen, durch diese ganze Familie, und das ist ja enorm, was die da mit dieser Reality-Show da auch auf die Beine gestellt haben, und das ist ja auch durchaus kontrovers. Was da alles passiert ist. Und klar, ist das interessant. Ich gucke mir das auch selber ganz gern an, ja, also, ich bin da ganz ehrlich, aber man sollte immer hinterfragen, wie sind die Leute bekannt geworden? Haben die jetzt tatsächlich Talent? Business-technisch auf jeden Fall. Ja, eine Kylie Jenner, eine Kim Kardashian, klar, ja, die wussten, wie man Geld macht. Die sind allerdings auch vorher schon reich gewesen. Ja, die hatten vorher schon Geld. Und, sag mal so, mit einem Background, einem familiären, der schon gut Geld hat, Geld zu machen, ist jetzt nicht so schwer. Also, wenn ich jetzt theoretisch vor zehn Jahren Multimillionär schon gewesen wäre, und ich hätte 50.000, 60.000 Euro in irgendwelche Kryptowährungen und ETFs gesteckt, dann hätte ich jetzt auch mehr, noch mehr Geld. Ja, also, es ist im Prinzip, wenn man schon Geld hat, jetzt nicht so schwer, wenn man ein bisschen was in der Hirse hat. Ich habe selber auch Betriebswirtschaft studiert, das ist jetzt nicht so schwer. Schwierig ist es selber, sich das aufzubauen und dann daraus, ja, ein Michael Jordan zum Beispiel finde ich legendär, ja, kann man natürlich auch heutzutage sehen, wie man will, ja, auch wie die Schuhe vielleicht hergestellt werden, aber der hat mit seinem Talent es zu Weltruhen geschafft und dann mit seiner Marke, mit Nike und der Kooperation Milliarden verdient, ja, oder wenn es irgendwelche Rapper sind, die mit ihrem Talent oder Sänger, ja, finden ja Kim Kardashian, ja, da müsste ich jetzt lange suchen. Klar, business-technisch super, aber wo ist jetzt das Talent? Aber ich schweife ab, ja, was ich jetzt sagen wollte, hinterfragt immer die Leute, die so glorifiziert werden, hinterfragt den Look, ist das jetzt natürlich, ist es unbedingt notwendig, wartet vielleicht auch mal ein bisschen ab, ja, ich sage nur, es gab so auch einige Tattoos, die waren mal sehr in Mode, ja, ich sage nur hinterm Hintern, ja, dieses Geweih, ähm, ich glaube, das will heutzutage keiner mehr freiwillig, ja, und da haben sich viele, sich dafür entschieden, das wegläsern zu lassen, oder wie auch immer, und nach einer Schönheits-Appliose, es wird nie wieder so wie vorher, das sollte man auch den Leuten ganz klar sagen, es kostet Geld, es gibt Risiken enorm hohe, ja, das wird nie richtig aufgeklärt, über die Risiken, bei so einer Schönheits-OP, und das finde ich ganz, ganz tragisch, die wenigsten machen das, ja, die wenigsten weisen darauf hin, und, ähm, wo soll das noch enden, ja, und ich fand das jetzt mal als Aufhänger, mal beim Thema Alin Bachmann mal ganz spannend, über sowas zu sprechen, und darüber so ein bisschen zu fachsimpeln, wie gesagt, ich möchte hier niemandem was Böses, wenn ihr das jetzt für nötig haltet, verändert euch, wie ihr wollt, ja, ich würde es aber sehr schade finden, wenn ich jetzt irgendwie eine 10, 12 Jahre alte Tochter habe, und die dann sagt, ja, äh, ich lasse mich erst mal mit 18, äh, operieren, äh, oder auch einen Jungen, ja, äh, gibt es ja auch durchaus sehr viele, die da auch sagen, okay, ich fühle mich unwohl, und, ähm, ja, tragisch irgendwie, oder? Das soll es dann für heute gewesen sein, ein bisschen nachdenklicheres Video, aber ich finde das mal auch ganz spannend, über sowas zu sprechen, lasst gerne, äh, eure Meinung unten in den Kommentaren da, und lasst auch gerne ein Like und Abo da, für mehr solche Videos, ich verlinke euch auch hier ein spannendes Video, wird wahrscheinlich auch über, äh, Adin Bachmann gehen, da könnt ihr auch nochmal reinschauen, was da so abging, ähm, und ansonsten habe ich auch eine Playlist, schaut das bitte alles durch, das freut mich immer am meisten, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, äh, oder wenn es wieder trashig wird, bis dahin, ciao, ciao.